Hallo zusammen, schön, dass ihr euch für die SX Level 2 Woven Laufjacke interessiert. Sie ist eine Laufjacke für alle Läuferinnen, die es ein bisschen ambitionierter angehen und für solche, die eine Jacke für alle Übergangszeiten suchen. Was du auf den ersten Blick schon siehst, ist, dass sie sehr körperbetont geschnitten ist und trotzdem in der Konstruktion an die Laufbewegung angepasst wurde. Das sieht man zum Beispiel im Schulter- und im Armbereich. Da wurden verschiedene elastische Materialien eingesetzt, um die beim Laufen so wichtige Armarbeit noch leichter zu machen. Für genügend Belüftung sorgen die Mesh-Einsätze unter den Armen und die Belüftungsschlitze im Rückenbereich. Und du kannst diese Laufjacke auch zu späteren Stunden einsetzen, weil sie mit ausreichend Reflektoren versehen ist. Richtig viel Platz für deine Laufutensilien bietet die Jacke auch mit ihren drei großen Taschen. Wenn du gerne mit Musik unterwegs bist, kannst du deinen MP3-Player einfach in die linke Jackentasche tun und dadurch, dass du innen die Kabel oben zum Kopf führen kannst, wirst du auch nicht beim Laufen gestört. Die Essex Level 2 Woven Laufjacke empfehle ich allen Läuferinnen, die eine richtig leichte Schutzhülle suchen und dabei auf Funktionalität nicht verzichten möchten. Also probiere sie in deiner Runners Point Filiale mal an oder bestelle sie gleich online unter www.runnerspoint.com.